Zur Verbesserung der Laufökonomie stellen wir euch heute den Schlagschritt vor. Mit der Übung trainiert ihr Fuß- und Wadenmuskulatur und die Stabilität der Körpermitte. Achtet hierbei darauf, dass ihr die Knie gestreckt lasst und in der Bewegung aus dem Fußgelenk arbeitet. Als Variation könnt ihr die Arme einmal nach oben, einmal zur Seite strecken und natürlich einmal mit aktiv einsetzen. So merkt ihr gleich, wie stark die Arme beim Laufen unterstützen.